Jetzt können auch Sie fesselnde Bücher, Artikel und andere Texte veröffentlichen und damit viel Geld verdienen. Wirkungsvolle Werbung formulieren, damit Ihre Produkte auch gekauft werden. Mitreißende Pressemitteilungen und Beiträge für Blogs und Artikelportale verfassen, damit Ihre Leistungen überall bekannt werden. Anziehende Webtexte formulieren, damit Sie verkaufsstarke Internetseiten erstellen können. Ihre Bücher lesen sich spannend, Ihre Werbetexte sind anziehend, Ihre Pressemitteilungen unterhaltsam und Ihre Newsletter fesseln mich jedes Mal. Herr Rademacher, wie machen Sie das eigentlich nur? Tja, was ist eigentlich das Geheimnis, fragte ich mich daraufhin selbst. Und wissen Sie was, liebe Zuschauer? Kurz entschlossen habe ich mich hingesetzt und für Sie dieses Geheimnis aufgedeckt. Wie man richtig textet, knackig, federleicht und lebendig. Es hat mich einfach in den Fingern gejuckt, Ihnen mein Know-how zugänglich zu machen. Und so ist das Buch Federleicht-Lebendig-Schreiben entstanden, praktisch auf Wunsch meiner treuen Leser. Hallo, liebe aufmerksame Zuschauerinnen und interessierte Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Sie jetzt zum Texten und Schreiben auffordern. Ist es nicht komisch, da musste ich erst mal über 30 Bücher sowie hunderte von Newslettern, Pressemitteilungen und Webtexten schreiben, bevor ich mir selbst darüber klar zu werden begann, welche Techniken ich meinem schriftstellerischen und wirtschaftlichem Erfolg eigentlich verdanke. Also, wie funktioniert das mit dem Texten? Ihre Fragen, liebe Zuschauer und Leser, haben mich angeregt, Ihnen Antworten zu geben. Diese Antworten gibt es jetzt zum bequemen Nachlesen, in meinem praxisbezogenen Ratgeber Federleicht-Lebendig-Schreiben. Damit kann jeder meine ganz persönlichen Textgeheimnisse umsetzen und damit Geld verdienen. Einfach und schnell. Ja, wirklich jeder. Anfänger und Vollblutprofi. Denn es ist gar nicht so schwer, wirkungsvolle und einträgliche Texte zu entwickeln. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung versichern. Nun gut, Sie werden vielleicht nicht gerade in 30 Minuten zum überdurchschnittlichen Profischreiber. Aber ich verspreche Ihnen eines. Mit Federleicht-Lebendig-Schreiben werden Sie in überschaubarer Zeit erstklassige Powertexte verfassen, die Ihnen auf jeden Fall mehr Profit einbringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Kleinunternehmer sind, Freelancer mit eigener Homepage, Angestellter mit Textaufgaben, Profitexter oder sich als Schriftsteller mit einer entmutigen Schreibsperre im Moment herumquälen. Profitieren Sie davon, dass ich meine Schreibtechniken im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert habe und diesen wertvollen Erfahrungsschatz jetzt mit Ihnen teile. Ersparen Sie sich jene Mühen und Geldausgaben, die ich noch auf mich nehmen musste. Unter anderem einen sauteuren Texter-Fernlehrgang, 18-monatliche Lektionen für knapp 1000 Euro und den Kauf hunderter kostbilliger Fachbücher. Nein, nein, Sie können das alles viel, viel einfacher haben und viel billiger. Auf übersichtlichen 227 DIN A4-Seiten mit der dazugehörigen kostenlosen CD-ROM der ganzen Werkzeuge, die Sie dazu benötigen, habe ich all meine nutzbringenden Schreibtechniken preisgegeben. Dazu viele Quellen, die Sie mit lukrativen Inhalten und Anregungen versorgen. Setzen Sie diese 22 Geheimnisse ein und erobern Sie mit Ihren Texten schlagartig mehr Leser und Kunden. Bezwingen Sie damit souverän jede Schreibblockade und erschließen Sie eine neue attraktive Geldquelle. Glauben Sie einem erfahrenen Autor wie mir. Auch Sie werden schon bald ganz federleicht attraktive, lebendige und profitable Texte aufs Papier zaubern und damit jede veröffentlichung zu wahren Käufermagneten machen. Alles, was Sie dazu brauchen, steht in federleicht lebendig schreiben. Setzen Sie auch dieses Wissen ein und Sie können schnellstens Bücher, Publikationen oder andere Schriftstücken den nötigen Schwung geben. Erfolgreiche Werbe- und Newslettertexte formulieren. Texte für Ihre Webseiten ausarbeiten, die ganze Käufer massenmagisch anziehen. Wirkungsvolle Beiträge für Artikel, Presseportale, Blogs oder Foren verpassen. Keine teuren Lehrgänge, keine kostenspieligen Fachbücher. Sie brauchen wirklich nur federleicht lebendig schreiben, um genau die Texte zu verfassen, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Daraufhin gebe ich Ihnen mein Wort. Weitere kostenlose Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Die einen erkennt man an Ihren Taten, die anderen an Ihrem Getue, erzählte schon Martin Kessel. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Schauen Sie mal wieder vorbei. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.